Vorgerenderte Sprite-Sheet-Animationen verbrauchen viel Speicher. Und der ist ja bekanntlich knapp. Die Alternative heißt Cutout-Animations. Und heute gucken wir uns drei Tools für solche Animationen einmal genauer an. Hallo, mein Name ist Tom und ich programmiere ein Spiel. Dies ist eine Sprite-Sheet-Animation. Der Designer musste jedes einzelne Frame selbst zeichnen. Schnell hintereinander gespielt, entsteht so der Eindruck einer richtigen Bewegung. So hat man das zum Beispiel beim Super Nintendo gemacht. Mit zunehmender 3D-Technik wurde auch die 2D-Technik immer besser. Und so konnte man neue Animationsmöglichkeiten entwickeln. Zum Beispiel die Cutout-Animation oder auch Skeletal-Animation. Dazu zeichnet man einfach die einzelnen Körperteile des zu animierenden Objektes. Diese werden dann mittels Keyframes in ihren Hauptpositionen dargestellt. Und der Rechner berechnet dann alle Zwischenbilder automatisch. Und sollte man sich nun entschließen, die Frame-Rate des Projektes zu ändern, macht das nichts. Denn die Zwischenbilder, die werden ja automatisch berechnet. Und nicht wie bei der Sprite-Sheet-Animation neu gezeichnet. Und eine solche Skeletal-Animation sieht in der Regel in hoher Frame-Rate auch viel flüssiger aus. Man spart also viel Speicher, da man ja nun nicht mehr jedes einzelne Frame abspeichern muss, sondern als Grafik die einzelnen Körperteile und als Text- oder Binärinformation die einzelnen Positionen zu bestimmten Zeiten dieser Körperteile. Der Nachteil einer solchen Animation ist die nicht so hohe Bildvielfalt. Aber ein geschickter Animateur kann da auch schon eine ganze Menge tricksen. Aber womit erstellt man jetzt eigentlich solche Animationen? Dafür gibt es diverse Tools, die dir die Arbeit erleichtern. Und drei davon schauen wir uns heute mal ein bisschen näher an. Dragon Bones ist eine Erweiterung für Flash. Also jetzt nicht dieser Flash-Player, sondern dieses Flash-Animations-Vektor-Programm, welches dann Dateien erstellt, die im Flash-Player angezeigt werden. Wer sich also schon mit Flash ein wenig auskennt, hat hier einen relativ leichten Einstieg. Trotzdem ist es schon ein bisschen ein Gefummele, um die Animation vernünftig hinzubekommen. Außerdem ist Dragon Bones komplett kostenlos. Nur für Flash muss man halt ein bisschen was brappen. Der Nachteil an Dragon Bones ist, dass man nicht wirklich viele Einstellungsmöglichkeiten hat und dass das Plugin zum Beispiel unter Mac ein bisschen verbuggt ist und es dadurch noch viel weniger Einstellungsmöglichkeiten gibt. Ein großer Vorteil hingegen ist allerdings, dass man seine Animation in diesem Flash-Vektor-Format exportieren kann und dadurch noch mehr an Größe einspart, obwohl die Grafiken ja beliebig skalierbar sind. Spine war ein Kickstarter-Projekt, welches sich wirklich großer Beliebtheit erfreute. Bei Spine handelt es sich um das vielseitigste und umfangreichste Animationstool, welches ich dir hier vorstelle. Doof ist nur, dass man in der Test-Version weder speichern noch exportieren kann oder ähnliche Sachen. Wenn dir die Test-Version aber gefällt, kannst du dir eine Basis-Version für 69 Dollar holen. Damit ist dann schon wirklich viel machbar. Und wer bereit ist, sogar 289 Dollar für ein Animationsprogramm auszugeben, der bekommt dazu noch Mesh-3D-Gitter-Verformungen und Inverse Kinematics. Mit einer Mesh-Verformung sehen deine 2D-Sprites fast so aus, als wären es in Wahrheit 3D-Sprites. Es muss dir von vornherein klar sein, dass Spine ganz klar ein High-Level- und Top-Level-Entwicklungswerkzeug ist. Mit Spriter stelle ich dir ein anderes Kickstarter-Projekt vor, welches auch relativ beliebt ist. Wenn Dragon Bones irgendwo hier ist und Spine auf der Krassheits-Skala ungefähr hier ist, dann ist Spriter ungefähr hier. Also schon ziemlich dicht am krasse Scheiße, Junge. Und das Gute an Spriter ist, mit der kostenlosen Version kannst du auch schon eine ganze Menge anfangen. Für den kompletten Umfang von Spriter, also für die Pro-Version, musst du 59 Dollar zahlen. Vor kurzem gab es auf Steam sogar einen kleinen Preisnachlass und da gab es das Ganze dann schon für unter 15 Euro. Und das lohnt sich wirklich sehr. Bei Spriter hast du sogar eine kostenlose Version Inverse Kinematics Features. Das heißt, du nimmst die Hand und positionierst sie und der Rest vom Körper wird automatisch positioniert. Weiterhin ist gerade dieses 3D-Mesh-Verformung in Entwicklung und wird der Pro-Version auch hinzugefügt in Zukunft. Alle drei Tools eignen sich gut für Cutout-Animations, wobei Spine und Spriter gleich noch eine große und ähnliche Vielfalt an zusätzlichen Möglichkeiten darbieten. Aber wie sieht es denn jetzt am Ende mit der Performance aus? Die Frage ist, wenn ich von einer Animation 30 Instanzen abspiele, wie hoch ist dann die Framerate bei einer maximalen Framerate von 60 Frames per Second? Witzigerweise kackt Spine unser Profi-Tool hier ein bisschen ab. Wohingegen Spriter, also das Semi-Profi-Tool oder zumindest das Profi-Tool mit geringeren Kosten, hier die vollen 60 Bilder pro Sekunde schafft. Und selbst das komplett kostenlose Dragonbone schafft immer noch einen passablen Mittelwert. Getestet wurde auf einem iPhone 4S. Auf dem Desktop schaffen alle drei Tools die volle Bandbreite von 60 Frames per Sekunde. Früher habe ich eigentlich ausschließlich mit Dragonbones gearbeitet. Das lag daran, dass es erstens kostenlos ist und zweitens Spine und Spriter noch in den Startlöchern standen und somit noch gar nicht zur Verfügung waren. Zum Beispiel wurden sämtliche Animationen bei Candybag mit Dragonbones erstellt. Für mein neues Projekt hingegen steige ich auf Spriter um. Da hier einfach das Preis- und Leistungsverhältnis viel, viel besser sind. Welches Tool für dich jetzt das Richtige ist, das musst du anhand deiner eigenen Kriterien festlegen. Wenn du zum Beispiel Unity Nutzer bist, da gibt es ja bereits ein Animationstool. Also kannst du eigentlich das verwenden. Trotzdem gibt es Möglichkeiten, wie du alle drei Tools auch in Unity verwenden kannst. Also hast du da schon vier verschiedene Möglichkeiten. Ob jetzt eines dieser drei Tools für dich und deine Arbeitsweise, für deine Programmiersprache oder für dein Framework geeignet sind, da fragst du am besten mal diesen Google. Der könnte das wissen. Zum Beispiel auf den Herstellerseiten, die ich dir alle unten verlinke, findest du genügend Informationen. Und ansonsten... Tipp, tipp, tipp Google, Programmiersprache, Plugin, bla bla bla. Klappt meistens. Mich interessiert jetzt, welches der drei Tools ist für dich interessant oder welche davon hast du mit welcher Erfahrung bereits schon genutzt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tapp, 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 tapp. Womit hast du das Spiel programmiert, fragen viele Leute. Ich erwähne das ja in fast jedem Speedcoding. Ja, aber nicht jeder Zuschauer sieht jedes Video, du hochnäsiger Schnupp. Das stimmt. Also ich programmiere mit der Programmiersprache ActionScript 3. Die benutzt man auch, um Flash-Spiele zu programmieren. Und als IDE nutze ich den Flash-Builder. Das ist eine von Adobe, eine abgewandelte Eclipse-Form. und das ist eine von uns, um sich zu machen.